Der Tennisnet-Videoblog heute mit Andreas Beck im Rahmen des Bundesligaspiels TC Kurhaus Aachen gegen Blau-Weiß Halle. Anni, du bist heute hier auch mit deinem Aachen-Shirt, aber erzähl mal kurz, du kannst noch nicht spielen. Richtig, also ich hatte vor drei Monaten eine Bandscheiben-OP, die habe ich mir in Australien zugezogen und musste leider gemacht werden. Ja, dauert leider noch ein bisschen. Und wie sieht jetzt der Stand der Dinge aus? Also in Australien ist dir passiert, dann bist du operiert worden und jetzt bist du in der Reha? Ich bin jetzt in der Reha, ich bin erfolgreich in München operiert worden, befinde mich jetzt gerade im Aufbautraining in Stuttgart, habe vor drei Tagen erst mal 20 Minuten Bälle gestanden und der Körper verträgt es eigentlich relativ gut. Aber wie gesagt, es dauert halt noch ein bisschen, weil immer noch kleine Wehwehchen da noch da sind. Und wie sieht jetzt der Fahrplan aus die nächsten Wochen? Willst du es langsam steigern oder hast du schon ein Ziel, wo du sagst, da würdest du gerne wieder spielen? Also mein Ziel ist, Ende September anfangen im Tor wieder Turniere zu spielen. Es kommt natürlich darauf an, wie der Körper reagiert, aber ich denke mal, dass ich von Woche zu Woche dann auf jeden Fall steigern kann. Super, Andi. Und ja, was sagen die Ärzte? Also du bist jetzt mit dem Heilungsprozess zufrieden, die Operation ist gut verlaufen, ne? Ja, alles gut. Ich war am Dienstag beim Dr. Müller Wohlfahrt zur Nachuntersuchung und habe das okay bekommen, dass ich steigern darf und alle sind sehr zufrieden. Wo trainierst du jetzt im Moment, wenn ich fragen darf? Beim württembergischen Tenniskund, immer noch wie immer in Stammheim. Andi, wir wünschen dir alles Gute fürs Comeback und dann hoffen wir, dass das Ende des Jahres dann wieder klappt, ne? Alles Gute. Danke. Vielen Dank.